So, das hier ist meine Biografie. Die ist seit 2011 auf dem Markt, erst beim BUD Verlag und jetzt über Amazon Select. Und da habe ich mir jetzt mal 10 Stück bestellt, weil ich kriege sie natürlich wesentlich billiger. Und dieses Buch habe ich an 70 Verlage angeboten und keiner wollte es haben. Ich habe 40 Fernsehsendungen angeschrieben, Talkshows, Magazine und keiner wollte es haben. Es interessiert einfach keine Sau. Und deswegen werde ich jetzt noch mal ein paar Exemplare verschicken in der Hoffnung, dass das endlich mal jemand kauft. Das kann ja nicht sein, oder? Da steckt mein ganzes Herzblut drin und kein Schwein will es haben. Es ist echt krass. Danke. Danke.